Frau Dr. Tor für Hamburg für die Linke und Landessprecherin der Linken. Herzlich willkommen, Jacqueline Hustic. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, dass sich für ein solcher Diktaturen stoppt das Morgen mit deutscher Beihilfe, stoppt Erdogan. Wir Linken stehen Seite an Seite mit den Kurdinnen und Kurden und allen demokratischen Kräften. Und es ist nicht hinnehmbar, dass die Menschen, gerade die PKK, hier auch kriminalisiert wird. Auf der Terrorliste gehören diejenigen, die Demokratie, Freiheit und Menschenrechte bekämpfen und sich zusammentun mit den Terrorbanden des IS. Auf die Terrorliste gehört Erdogan. Schluss damit, mit der Kriminalisierung der PKK. Auf den kleinen Kanton Afrin im Norden von Syrien stattfindet. Seit dem 19. Januar werden dort die Menschen, ungefähr 800.000 Menschen leben da, mit Luftangriffen, mit Panzern bombardiert. Die Turkish Armee greift gemeinsam mit Dschihadisten, die der Al-Qaida nahestehen, an. Sie greifen gnadenlos an. Viele, viele Menschen wurden schon getötet. Mehr als 150 Menschen. Es gibt 300 Verletzte. Es wurden Krankenhäuser, Schulen und Infrastruktureinrichtungen gezielt zerstört. Und brutalen, marmerischen Krieg. Schluss mit den Massakern in Afrin. Schluss mit den Massakern in Kurdistan. Schluss mit den Massakern in Kurdistan. Schluss mit den Massakern in Kurdistan. Hallo, hier auf der Straße. Wir sind hier, weil am 19. Januar die Turkish Armee in Afrin ein Marschir ist. Afrin ist ein ganz kleines Gebiet im Norden von Syrien. Innerhalb der letzten fünf Jahre hatten die Menschen sich dort eine basisdemokratische Selbstverwaltung jenseits fremder Mächte aufgebaut. Sie haben dort eine frauenbefreite Politik entwickelt, ökologisch und basisdemokratisch. Die Menschen getötet haben. Es gibt über 300 Verletzte. Und 77 Kämpfer und Kämpferinnen der Jepke und Jepesche sind ums Leben gekommen. Das sind genau diese Kräfte, die seit vier Jahren sehr mutig gegen den sogenannten islamischen Staat gekämpft haben. Schluss mit den Massakern in Kurdistan. Schluss mit den Massakern in Kurdistan. Schluss mit den Massakern in Kurdistan. Schluss mit den Massakern in Kurdistan.